Digger, hat man das jetzt nicht mitbekommen? So, nö. Mann! Der war doch angekümmelt. Ich hole meine Achse weg. Weg mit der Eier. Wieso kann deine maximal eine 4 Schuss reinmachen und meine 6? Weil ich die auf Schufe 1 verbessert habe. Weil ich das andere Geld für das hier gebraucht habe. Hallo, nein. Was soll denn alles noch sagen? Ich will danach trotzdem nochmal 1 gegen 1 gegen dich machen, dann nehme ich fixer. Da hast du ein bisschen zu lang gebraucht. Was willst du mir jetzt sagen, Alter? Nein, in dem Moment, als du schießen wolltest, war ich nämlich auf den Kopf drauf. Und ich denke mal, entweder hat es bei dir nicht geschossen, so wie bei mir auch manchmal nicht. Oder das hier. 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 Ich habe das Grund, ich habe das Grund, in dem geräumt. ich habe mir das sein könnte es mir aufgefallen der renter durch ist das fucking flash alter kurz von da nach da halte keine schweiß klinien in die fresse ich habe da bin ich morgen früh alleine bin um sechs Uhr morgens das ist abgebrochen geil alter das heißt ich darf gleich noch mal ein 3 meter kabel um einen tisch verlegen alter warum 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 sorry das musste sein damit ich auch mal was treffe ich habe dich bis jetzt noch nicht einmal getötet so richtig ist ne ich mach was 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 ist dieses alter das ding ist noch geflogen was 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 ist das was was so oder oder meins die drifte doch eh schon leicht alter ich würde sagen da kannst du das video gleich durchgehend laufen lassen alter nö ich klippe immer so ich schneide ich schneide lieber die verkaufen war doch eigentlich schon alter nie was du warst am hardscope ich hätte rollen sollen scheiße sag ja geh verkaufen alter mein stick fühlt sich so komisch an alter ich drücke durch den controller durch mann jetzt geht das wieder jetzt habe ich dir mal richtig reingeknetscht man jetzt geht das wieder besser nein jetzt geht es doch nicht besser das macht du schosch danke das machst du richtig schosch bin stolz auf dich ja das hast du mir auch in gta beigebracht wie kann ich meine scheiß share taste treffen wenn ich die ganze zeit mit meinen fingerspitzen auf das fucking touchpad gekloppt habe jung ich baue das gleich raus man dieses spiel ich spreche das gleich raus wie bei meinem anderen controller ich bin mir spaß ok wusstest du dass ich gar nicht so leicht zu provozieren bin wie wie ich immer so tue da ist mein stick geistig behinderte alter kann ich den rausziehen der fängt nicht schon einfach vom 1ing 1 dabei an der control außenwahl zu bauen ja das fühlt sich so als könnte ich die scheiße auseinander nehmen alter das ist der stick alter der hat einen sprung juli der stick hat nicht mehr alle an der waffel der holen sohn dieser stick ist so ein knecht alter ich koch mir einen controller ich sag's dir hinter dir alter spiel dieser stück alter wenn der weiter so macht endet der wie mein anderer controller den ich auseinander gebaut habe touchpad rausgebrochen dann die pfeiltasten auseinander geschraubt man und der 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 und wenn ich die kontrolle jetzt auseinanderbaut dann geht er wieder kaputt ich glaube ich wirst du was noch hinkriegen ich habe letztes mit meinem vater einen controller auseinandergebaut und der ist kaputt gegangen der hat den, die haben den nicht mehr zusammen gekriegt und da ist etwas rausgerissen worden hören sie das was hast du gemacht warum stehst du mir so dumm rauf bist du dumm das fühlt sich an als hätte deine geistige Behinderung wenn ich den drehen will was soll das Die Scheiße ist in meiner Hand explodiert, ich habe die zu lange geheilt. Ich hatte eine Granate und die ist in meiner Hand explodiert. Nein, nein, nein. Alter! Mann, dieser Stick. Ich frage, wenn ich am Wochenende bei meiner Botta bin, ob die mir einen Scheiß in den PSV-Controller bestellt. Alter, wenn ich jetzt verkacken... Ich muss mich einfach... Ich glaube, mich einfach nicht ablenken lassen von dem Stick. Aber der fühlt sich so komisch an, Digga. Als würde ich einen Typen aus dem Rollstuhl schuppen und sage zu ihm, Lauf, Mann. Alter, so fühlt sich der Controller an. Richtig dumm. Ja, wahrscheinlich, Alter. Bei dir liegen drei Millionen Meter Radius und bei mir ein drei Zentimeter Radius. Scheiß Judengranate, Alter. Die Granaten für große Juden. Hier, oder? Ja, komm, los, trau dich. Hä, ich habe ein bisschen hingelaufen, warum bist du weggelaufen? Ich wollte es mal. Und da lag der Granate. Alter, ich habe gerade gefühlt geschielt, als ich dich getroffen habe. Oh, los, go, fett shot. Uh. War das gut? Ich bin spät. Halt. Alter. Nyaaah. Boah, ich sehe nichts durch die Scheiße, Alter. Nein. Dass ich in solchen Situationen fucking Headshot treffe, ist schon... Uh. Uh. Boah, Quickskoop bombteert, ey. Quickskoop hackshot in den Nose-Coup. Boah, geil, Alter. Boah. 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 Alter, hängt was an meiner Wand. Digga, was hängt da an meiner Wand, Alter? Wo warst du? Häy hä. Das reicht. Nein, 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 nein. Wo-rm 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 wo-rm. Ich hab da auch eine Hey nein jetzt brauch ich meine Wurfachs wieder Alter dick egal mit dings mit fixer werde ich dich eh auseinander nehmen Hä das war kein net shot man sieht doch nur den kopf Soll ich mal ehrenlust gehen und das sturmgewehr nehmen Achso ich hab gedacht die Granada hat mich getötet Komm dein letztes Leben Dann hab ich gewonnen Und dann machen wir nochmal eins da nehm ich fixer Leute vielen dank fürs Zuschauen Leon ist wieder richtig gereizt Seid doch nicht so gereizt Irgendwann mein scheiß Ding eiert schon rum wie der größte Huch